Ok Leute, das ist DocApp mit einem anderen Minecraft Video. Und vor allem, wofür genau das jetzt braucht. Weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt bin ich hier. Was bringt es mir? Eigentlich nicht viel. Ok. Hm. Ja, also das ist schon ein bisschen verpackt. Aber... Ist jetzt mal egal. Kommen wir da wieder hin? Ne. Egal, wir sind wieder draußen. Nach diesem kleinen Zwischenmanöver hier. Ja, genau, weil ich einfach mal die Speedpost daneben hinschmeiß. Oh Gott, was soll das nur noch werden? Was soll das mir nur noch werden? Ähm, ja. Das beantworten wir in einer anderen Folge. Ich würde sagen... Ich geh jetzt mal hierher. Genau. Denn hier befinden wir uns in einem... Genau, in einer High Speed Autobahn Way. Könnte man sagen. Boote haben wir jetzt schon zum Glück genug. Und ihr müsst jetzt da reingehen und dann müssten sie glaube ich da vorne wieder rauskommen. Genau. Und einfach durchglitschen. Yeah. Nein. Das funktioniert gut. Das war eigentlich... Okay, jetzt kann ich nur nicht... So, jetzt funktioniert es. Und jetzt sind wir auf einem... Eis High Speed Way. Das heißt, unser Kopf befindet sich in Eis. Darunter ist Wasser. Da schwimmt das Boot. Und unter dem Wasser ist noch mal Eis. Und somit fahren wir ziemlich schnell und können hier auch ziemlich geil schauen. Im Netze ist das Wasser aus... Normalerweise ist da noch Wasser aus, weil ich weiß. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ups. Ist ein bisschen schnell gegangen. Und warum ich dann oben wieder spawne, ist mir auch ein Rätsel. Aber mit diesen Bootsachen haben wir schon immer Probleme gehabt, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Ah Gott. Wir können es noch mal probieren, das da rüber zu bekommen. Das machen wir aber gleich mal hier. Und dann fliegen wir da hoch. Und dann essen wir was. Und dann steigen wir da ein. Und dann probieren wir jetzt noch mal zum Baum zu fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Wie gesagt, in dieser Welt ist einiges, einiges kaputt. Leider. Ja, es klappt. Wir fahren wieder zurück. Und das sieht von hier unten richtig geil aus, weil du das Wasser nicht siehst. das ist quasi den Boden im Grund. So. Und wir sind wieder hier und können jetzt aussteigen und wieder weitergehen. Aber wir fahren uns wieder zurück und probieren sie noch mal, ob wir jetzt diesmal wieder dagegen schießen oder ob es diesmal klappt. Ktock? Klappt. De-de-de dir-de he-de-de-de. De-de-de-de-de. De-de-de-de-de-de-de. Ja, da ist irgendwie irgendwas faul hier. Was genau weiß ich jetzt aber auch nicht. Komm. Gib Gas. Geh da runter. Noch eins weiter. Ich glaube, hier fehlt einfach nur zwei Wasserblöcke oder so. Dann würde es, glaube ich, passen. Autsch. Ey, wir sind genau richtig ausgekommen. Okay, also es funktioniert mehr oder weniger doch noch. Gut. Dann hätten wir es im Bereich. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz schlafen. Wo hat er hier ein Bett? Hm. Gute Frage, nächste Frage. Dann gehen wir doch nicht schlafen. Aber wir könnten unsere Potions mal wieder auffüllen und mal unseren ganzen Dreck hier weghauen. Den wir eh nicht brauchen. So. Und so. Und die Zunge mal wieder rein. Bla 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 bla. Bla. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir mal mit. So. Dann würde ich sagen, ist eigentlich der nächste Teil außerhalb und deswegen gehen wir mal da hinten wieder hin. Kommen da eigentlich noch Zombies? Ich habe doch... Ah, ne. Ich habe es ausgeschaltet. Genau. Da weiß ich schon Bescheid. Das dauert mir jetzt lang. Perl haben wir eigentlich noch genug. Dann probieren wir das Ganze mal. Das war ein Fail. Das auch. Nochmal. Genau. Einfach still. Das ist das Beste. Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns doch einfach mal. Wir fangen jetzt mal nicht nach dem Bauzeitalter her, sondern wir gehen einfach mal von rechts nach links, würde ich sagen. Alles, was hier angeschlossen ist. Und damit wären wir hier beim Teil Nummer 1. Was sich hier drin befindet. Protection, protection. Okay, braucht keinen Wein. Aber wir könnten uns da nochmal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Denn hier ist die Ice Iglo Butze von Arnold und Amy. Von den beiden Hunden von ihm. Die wollte ja eigentlich hier drin quasi halten und Kinder machen lassen und so. Und ich muss sagen, das hat er richtig geil gemacht. Er hat es in vier Bereichen aufgeteilt. Und, ähm, ja, Wüstenregion hat er ziemlich geil hinbekommen. Wow. Ah. Und ich wollte eigentlich auch sagen, da hat er es sogar so geschafft, dass er... Oh, oh. Scheiße, 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 scheiße. Lieber Doc M, das tut mir leid. Aber ist nicht so schlimm, weil die Welt kann man ja wieder laden. Und außerdem hast du gesagt, du hast keine Dark Spots mehr. Hm. Oder doch. Na gut, ist ja... Ist ja nicht so schlimm. Wisst ihr was? Wir werden das heute noch fixen. Denn wir haben ja Slip Touch und dann können wir das da wieder so... ...halbwegs hinbekommen. Äh, naja, schauen wir mal. Vielleicht. Fangen wir mal mit dem Schritt an. Jetzt waren wir das schon wieder gesetzt. Ja, ist schon nicht mehr so schlimm. Aber da wäre hier Wüste mit ein bisschen Lava. Dann hier ein Mushroom Island. Da hat er extra sich ein Mushroom Island gesucht. Und dann hat er das hier hingebaut. Und da hat er dann mit dem... Hier in der Mitte, glaube ich, hat er den gesetzt. Und dann mit den Pistons darüber gefahren, weil du kannst die ja nicht abbauen. Auch nicht mit Slip Touch. Dann hier eben so ein dunklen Holz. Und hier ein Dschungel. Sieht alles sehr schön aus. Und eigentlich lichtsicher, hätte ich gemeint. Hier nicht, anscheinend. Na gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns zu dem mittleren Punkt. Und hier ist, ähm, ja, ein lustiges System gewesen. Geh mal weg zum Schwein. Die fallen hier eh runter und sterben dann. Ähm, wie man gerade gehört hat. Denn, ähm, es gab mal eine Zeit. Es war anfangs der Silk Touch-Spitzhacken-Zeit. Ähm, damals war das so, ähm, dass die Schweine nicht außerhalb spawnten. Sondern innerhalb. Denn man konnte damals Spawn abbauen. Und, ähm, man hat sie bekommen mit Silk Touch. Allerdings nur noch als Schwein-Spawner. Und er hat das dann ganz sehr einfach genutzt. Und hat dann hier Schweine gespawnt. Schweine-Spawner hingestellt quasi. Und... Wow. Die Spawnen jetzt hier ganz fröhlich. Und wenn er Fleisch bräuchte, dann müsste er das einfach nur umswitchen. Somit ist das hier eigentlich nur... ...einfach nur so. Hier draußen... Hier, glaube ich, bekommen wir auch Speed Potions. Genau. Können wir gleich mal hier ein bisschen rumfetzen. Wenn wir eh gerade so viel am Gehen sind. Denn ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal hier nach rechts. Was bekommen wir hier? Ach, für hier bekommen wir wieder... ...Ender Pearls. Warum auch? Und dann würde ich einfach mal sagen, begeben wir uns hierher. Und ihr seht, momentan ist da kein Wasser da. Und das wird sich aber ändern, sobald Tag ist. Das habe ich euch vorher schon erklärt. Das hängt mit dem Day-Night-Sensor zusammen. Und jetzt seht ihr auch mal, wofür das Ganze hier gut ist. Das ist ein Birdcage. Hat er das, glaube ich, genannt. Und dieser Creeper, der ist sehr amüsant. Sehr amüsant. Denn mit diesem Design... Danke, Herr Summe, dass Sie das vielleicht so scheißig demonstrieren wollen. Sterben Sie durch die Lava. Und da die Lava aber nicht runterfliegen kann, ähm, passiert quasi den Drops nix. Wenn man jetzt die Drops holen möchte, dann muss man entweder... ... oder sollte man warten, bis da drin nix mehr ist. Und normalerweise... ... begehen die dann von alleine irgendwann mal dahin. Man könnte das jetzt mal ein bisschen auffüllen lassen. Inzwischen zeige ich euch... ... hier hinten was. Denn... Das System bewirkt darauf, dass sich quasi Pistons... ... die Zombies runterfallen. Und dann auf Pistons drauf, auf Pressure Plates. Und die Pressure Plates dann bewirken, dass sie quasi... ... weggedrückt werden, so wie man hier gerade gesehen hat. Wie in dem... Das Grund... Die Grundidee, glaube ich, stammt vom Iso. Auch wieder von seiner... ... Blaze World Powder Farm. Genau. So läuft es. Und das geht halt von... ... den ganzen Ebenen. Und... ... der Plan war eigentlich, hier eine Enderman... ... Ender Pearl Farm zu bauen. Ist eben auch relativ gut gelungen. Normalerweise ist es jetzt irgendwie nicht so. Denn... ... das Problem war ja immer mit den Enderman... ... äh, mit den Enderman... ... sie stehlen die ganzen Blöcke. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da hochkommen. Ja, wir sind hochgekommen. Sogar höher als mehr Liebes. Oh ne. Das passt noch. Genau. So, und hier seht ihr... ... was er dagegen gemacht hat. Er hat... ... eine Milliarde Öfen, so kommen wir es ungefähr sagen, gebaut. Überall Öfen, 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 Öfen. Denn das können ja die Endermans nicht klauen. Hm. Sehr gute Idee. Das war jetzt allerdings keine so gute Idee. Aber das. Und hier seht ihr quasi, wie es hier zugeht. Und jetzt seht ihr auch, dass Tag geworden ist. Und schon kommt Wasser runter. Damit hier quasi immer noch die Dunkelheit beibehalten wird. Und ihr seht, wie das hier abgeht. Also... Es ist echt brutal. Die Farm ist echt effizient. Hätte jetzt gar nicht so gedacht. Und normalerweise sind hier auch viele Endermans gespawnt. Und schauen wir mal, dass wir hier wieder schadenfrei runterkommen. Ui, genau. Und ihr seht schon, hier hat sich einiges angesammelt. Allerdings keine Enderperlen mehr. Und dafür hat er dann aber was anderes gebaut. Wenn wir das jetzt mal so machen. Dann seht ihr, fahren sich hier zwei Pistons, beziehungsweise vier Pistons aus. Und wir können uns einfach hier das ganze Zeug holen. Und haben wieder ein paar Sachen bekommen. Und die Nachfolgen fallen einfach runter. Und irgendwann... ...gehen sie dann schon auf die Pressure Pates von alleine. So, das hierzu. Ich denke, das war's. Jetzt können wir uns nochmal ein bisschen weiter weg anschauen. Jetzt ist der Tag. Und jetzt dürftet ihr sehen, dass es eben jetzt alles, genau, mit Wasser geflutet ist. Und ja, sehr geile Idee. Dann würde ich sagen, begeben wir uns hierher. Und da würde ich sagen, fangen wir auch wieder von ganz rechts an. Ja, das war zu weit. Scheiße. Wir müssen nämlich hierher. Das ist nämlich der Eingang. Da ist ne Kuh. Okay.